So, ich versuche nochmal dreimal eine Serie zu gewinnen im Ferrari und das versuchen wir jetzt in Asien mit dem ersten Rennen und das ist ein Sprintrennen. Christen hier! Fantastisch! So machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Ich liebe ja diese Punkt-zu-Punkt-Rennen, Alex. Oft finden sie ja in der Stadt oder auf dem Land... So, Point-zu-Point. So, wieder nur an den Job zählen, das ist wieder ein schlechtes Umgang, weil die Alex in zwei Rennen sind wir genau da, wo wir es gelangen haben. Also ab und schnell da vorne irgendwie. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht abgeschossen werden. So, da setze ich mich jetzt mal nicht daneben. So, ich hatte es mal hinter. So, jetzt auf den 5. Platz vorgefahren. Oh, direkt von mir. So, jetzt mal direkt an der Spitze. Und dann vorbei und ab in Führung. So, 60 Prozent des Kurses haben abgearbeitet. So, dann können wir die Fahrzeuge auch gefährlichen. No, das sind ja die Fahrzeuge und kommen jetzt in der Fall mit einem Parcenen. So, jetzt macht das ein wenig flussesandy. So, jetzt muss ich das ganze Zeit nicht nochmal lieber... So, jetzt wird unsere Wunder, wir machen das Öl. So, jetzt muss ich das Ganze hierher? So, jetzt ist das Ganze nicht mehr so groß. großartig weg kommen wir zumindest ein bisschen raus das vertikolle gesagt da kann ich übrigens ein auto noch versuchen zu kassieren Einen hat er auch kassiert, Dritter, sondern momentan. Den anderen will er wahrscheinlich nicht kassieren, ne? Oder kann er sich da nochmal irgendwie einen kassieren? In der letzten Kurve, er ist nämlich dran an dem, aber momentan zwei Platzierten. Egal, wir haben unsere Idee endlich mal gewonnen, endlich einen Auftakt gewonnen. Und nicht wieder so böse verkackt. Na gut. Dritter, sag ich mal, in der Mitte. Ja, schade, es hätte doch so schön sein können. Aber wir haben ja noch einen Rennen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Gut, jetzt der zweite Teil mit Seijian. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen. Und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So. Gut. 10-Jonger. Und wir stehen an der ersten Reihe vorne. Ich versuche schon mal ein bisschen Gas zu geben. Das ist vielleicht die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, schon ranzukommen. Ich versuche schon mal ein bisschen Gas zu geben. Wir können schon absetzen vorneweg. Das ist die letzte Runde. Das kostet 9.60 Kilo mehr. Kilo langer? jetzt geht es in die letzte kohle und dann über die linie und dann noch mal endlich mal wieder gepackt mit ferrari rein zu gewinnen also ich bin zu gewinnen so so ok werden zufrieden passt wunderbar so dann haben wir das jetzt auch durch zweiter ist das richtig doppelsieg für unser team gut dann haben wir das auch durch und dann sind wir auch mit dieser woche und nächste woche sehen wir uns dann wieder mit der fort serra rs 500 crosswords group a trophy ach gott was für ein name ein einziges event sehen wir uns das ist wieder so eine kurze Folge am Montag naja schauen wir mal bis dann tschüss tschüss tschüss